Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute haben wir die Fortnite Serie gestartet, Fortnite Road to Unreal. Und da haben wir ein paar Runden gespielt und haben euch das Beste zusammengeschnitten. Und da wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Meine hier sind mit Autos, mit Autos bei mir, die Gegner. Das kann noch bis nächstes Jahr dauern, bis das mal wieder down ist. Alle Gegner bei mir, das ist klar. Noch. Ich bin rausgetabt, wieso bin ich rausgetabt? Aber in... Windows-Taste deaktiviert, also hilf. Scheiße. Ich bin jetzt 99% gesprollladet. Ja geil. Knocked. Super. Er ist gelöscht. Speed Damage passiert. So dann. Der eine ist one. Einer knocked. Der andere auch one. Der ist wirklich legit one. Super. Was mach ich denn? Gegner, Gegner, Gegner. Ich hab ihn über zu gut in keinem Video gesehen, was er mir genau gezeigt hat. Das ist ne Story, die... Ich hab nur mich selbst abgeworfen. Ein Knocked. Soll ich uns woanders reinrufen? Dann wird hier oben, dann wird es gut runter. Alles gut. Habt den anderen. Macht wie ihr. Wieso steht das? Oder wollen wir runter? Ja. Das wäre echt gut. Ja. 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 Du Fänger. Sehr wichtig. Wann? Was ist denn das? Wer ist in welchem Wasser, Malte? Die sind wild. 70 weit. Super. Ach, das ist doch ein Witz. Was ist das da hin? Oh, was hat der? Nimm mal mit. Das ist Oscars Palm, die möchte ich aber nicht. Der eine 50. Der eine Schickrack. Reason A Skin. Hab ihn noch? Hab einen. Also die Handschuhe gehen ja richtig auf dem Sack. Willst du denn gegen die machen? Kommt noch einer. Ist egal. Komm her. Lass mich mit der Handschuhe abhauen, warte. Oh, oh. Im Auto. Ich versteck mich jetzt. Ich kann mit dem Auto weg. Ist hier irgendwo ein hier Automaten? Du wirst doch gerade so gejagt, oder nicht? Row to Row mit Auto. Ich bin tot. Ich bin tot. Mach mal, Alter. Was machst du? Kommt jetzt schlecht gespielt. Du kannst den Fisch nehmen und mich in der Zone holen. Ja. Sehr gut. Siebenfach verbrannt. Siebenfach verbrannt. Du kannst jetzt einen Loot holen, ne? Ja. Die Zunge ist tot. Die Zunge ist tot. Die geht nicht mehr. Luca hat das gedacht. Das ist doch so einfach, weil ich die nicht gesehen habe. Weil er dich nicht mehr gesehen hat, glaube ich. Einer noch? Malte, einer noch? Kann nicht sein. Ja, weiter. Da oben. Wenn es Rote stehen hier ist. Was ist er denn? Ich hab ihn für nicht. Ist da irgendwelcher Loot? Hinter dir. Ich hab die Karte gerade von deinem Mate, oder? Nö. Wow. Sehr gut. Super. Hast du die Hand? Ne. Wir wollen eine Weile zum... Achso, du bist ja früh. Wir brauchen eigentlich ein Auto, sonst sind wir einfach wirklich ein Loser. Da ist eins. Ich bin im Rift. Der Auto verfolgt dich wirklich, wie du hast diesen Reel, als ich gesehen habe. Da oben sind Gegner, warte. Hat ein 80er. Ich bin mit dem Auto oben auf die Insel. Ein Auto geklaut. Oh, was ich habe. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Super. Der hat ja nur noch 1500 Leben, aber das hat immer 2400 gehabt. Ja, ist aber gut so. Wir fahren in die rein. Ja, perfekt. Super. Geboren. Ja. Na ja. Trotzdem kann man sie noch nerven. Super. Der hat nichts getroffen von seinen Boogiebomben. Oh, oh. Oh, oh. Er wurde zu mir dead. Gibt es denn hier den irgendwo? Holt er den wieder? Und dran. Aber da würde ich jetzt nicht reinrennen. Da hat ein bisschen rauskommen. Ne, dead. Hab's noch. Sehr gut. Wo ist der? Da hochgeflogen. Okay, hol dir den Bigness hier oben noch. Ja. Wir sind auch Stabst. Ja, der ist gerade vorbeigeflogen. 103er Headshot unter mir. Ich hab nen Kill bekommen. Hier ist noch das, wenn du irgendwas willst, ne irgendwelche Kampfschruttflinde, es sind noch zwei Gegner, es sind sogar zwei Solos, bei mir ist einer, bei mir ist einer, bei mir sind beide, chill Craig, chill Craig, ist er hinter. Irgendwie nicht sein, der hat das auch gewahlt, die sind beide low, ich verfolge den einen da hinten, er ist One Shot, 100%, da fährt noch ein Auto rum, super ich habe jetzt alle Medaillons, nicht alle Medaillons, sondern alle Dings einfach, da liegt aber am, da ist vor dir noch ein Bot, ja ach den Bot, ach guck auf den Bot, wir holen jetzt den Gegner da hinten, also nicht eher so, bevor ich den anderen, oh da unten, da unten, da unten, ja da unten ist er, bei mir, alter das ist eine gute Runde, auch wieder eine gute Runde, abgesehen davon, dass die einmal gestorben sind, ja ich bin wieder am Carrying, Spaß, Dinger, das hast du gemacht, drei Runden gewonnen gerade, oder, hintereinander, ähm ich guck mal, 3, 2 erst, oder, oh ich bin jetzt Gold 3, also ich habe gerade innerhalb von drei Matches, drei Ranks aufgestiegen, ähm ich habe, ich habe, ich habe zu Ende, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, hat gerne ein Like und ein Abo da, und ja, schaut gerne in unseren anderen Videos rein, und ciao!